Jetzt bin ich hier in der Hinderwink beschäftigen. Ja, klar. Warte mal, warte mal, ob sie jetzt auf die Schrank holen, oder wie? Ja, das langt. Ich bitte nochmal kurz Schrank auf, Schrank zu. Warte mal, warte mal, warte mal. Eigentlich ist er ja nützlos, oder? Es hat den Vorteil, dass jemand, der das nur überdient und es nicht kennt, trotzdem reinkommt. Die schicken die Rechnung, gell? Warte mal, warte mal. So. So. Warte mal, warte mal.